Warum nicht immer so? Eigentlich muss man das Video damit schon beenden. Wir haben jetzt gegen Leipzig 2 zu 1 gewonnen. Heute soll es um die Analyse zum Spiel gehen. Auch meine Gedanken generell und auch nochmal meine Gedanken zu der letzten Woche. Vielleicht auch einen Ausblick auf die Zukunft. Ich habe jetzt einen positiven Titel gewählt, weil heute was Positives passiert ist. Wir haben gewonnen. Ich habe allerdings natürlich, ihr kennt mich, auch so ein paar Gedanken drumherum. Und die werde ich mit euch ja auch durchgehen. Vorneweg, wenn ihr meinen Gesabbel hier gerne mögt, lasst gerne ein kostenloses Abo da, um meinen Kanal und mich ein wenig zu unterstützen. Danke auch für das ganze positive Feedback unter meinen letzten Videos. Das ist wirklich toll, dass hier so eine richtige Community heranwächst und immer größer wird. Auch die letzten Monate waren ja schon toll, aber ich merke jetzt kommen immer mehr hinzu. Und der Kanal stagniert nicht mehr so. Das ist auf jeden Fall cool. Also es sind ja fast 5000. Vielleicht schaffen wir das sogar jetzt in der Woche. Mal gucken. Ja, aber kommen wir erstmal zum Positiven. Wir haben 2 zu 1 gewonnen. Und ein Spiel gesehen, wo wir eigentlich nur eine Sache bemängeln können, dass wir, ja, vielleicht ein bisschen blöd in Rückstand geraten sind. Das könnte man auch noch sagen. Aber dass wir nicht 3, 4, 5 Tore mehr gesehen haben. Ja, wir hätten durchaus die Möglichkeit dazu zumindest gehabt. Bayer hatte in der ersten Halbzeit eine Situation im Kopfball, wo er eigentlich den Ball aufs Tor bringen muss. Dann Gittens, dann Brandt in der zweiten. Eigentlich hatten alle irgendwie, also alleine Gittens hätte, glaube ich, einen Hattrick machen können. Nichtsdestotrotz möchte ich auch zwei Spieler loben, die ich jetzt hier auch viel kritisiert habe. Also ich scheue mich nicht. Endlich hat Bayer ein Tor gemacht und hat auch eine Vorlage gemacht. Und war einer der Besseren heute. Oder der Besten vielleicht sogar. Vielleicht war er sogar der Beste. Ihr könnt auch einen reinschreiben. Ich muss sagen, ich bin jetzt kein riesiger Fan. Ihr merkt, also meine Energie hält sich da so ein bisschen noch zurück bei ihm. Aber dennoch war er heute gut. Genauso wie in Emre Can heute gut war. Generell war das ganze Team gut. Muss man auch einfach mal so sagen. Und das ist doch erstmal schon mal was Schönes. Grundsätzlich habe ich aber so ein paar Gedanken zum Spiel, wo ich sagen muss, dass ich weiß nicht, wie ich das so greifen soll. Der BVB und dieses Team, diese Vereinsebene ist irgendwie eine Wundertüte für mich. Ich weiß nie, wenn ich ein Spiel anmache, wie es laufen wird. Klar, es gibt gewisse Mannschaften, da weiß man, okay, da gewinnt man höchstwahrscheinlich. Auch gegen Sturm Graz gehe ich davon aus, dass wir in der Champions League jetzt, glaube ich, relativ locker gewinnen werden. Also ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, gerade nach dem Sieg jetzt gegen Leipzig. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir vielleicht auch die Probleme durch so einen Sieg wie heute jetzt langfristig verschleppen. Und Nuri Schalen ist jetzt erstmal gerettet. Mit einer Niederlage wäre er wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich weg gewesen. Man weiß jetzt nicht, wäre das besser für das Team, wäre es schlechter für das Team. Ich weiß auch nicht, warum es jetzt heute funktioniert hat und die letzten Wochen nicht. Fakt ist, was ich heute gut fand, dass Borussia Dortmund endlich mal auch bei einer Führung versucht hat, weiterzuspielen und sich nicht zurückfallen lassen. Und deswegen haben wir über 90 Minuten ein geiles Spiel gesehen, was dann auch die Spieler an den Knochen hatten. Aber das erwarte ich dann auch von Multimillionären, dass die sich zweimal in der Woche so zerreißen, dass die Krämpfe und Schmerzen in den Beinen haben und dann meinetwegen auch den Tag darauf frei bekommen und in die Eistonne Wellness oder sich mit der Frau vergnügen dürfen oder mit der Geliebten oder mit einem Instagram-Model. Also die können sich wirklich sich dann gehen lassen. Auch einen Bayer, den sollen sie jetzt hier mit Liebesbriefen zuschießen. Ich möchte jetzt aber wirklich das in Zukunft auch so sehen. Und das ist so das große Problem, dass wir das irgendwie nicht auf 34 Bundesligaspiele und 10 bis wie viel kann man überhaupt im Maximalen jetzt in dem neuen Modus an Champions-League-Spielen haben. Auf jeden Fall auf diese gut 50 bis 60 Pflichtspiele in der Saison mal so grob gesagt umgemünzt bekommen. Und klar ist es, dass es immer mal schwächere Spiele gibt, das meine ich gar nicht. Und dass man auch immer mal ein Spiel verliert, ist auch vollkommen normal. Aber es zieht sich irgendwie durch unsere generelle, komplette Situation beim BVB. Und das ist meine Angst. Und dieses, auch das ist auch mit dem Verschleppen gemeint, dass wir da irgendwie nie so richtig auf die Fresse fliegen, uns irgendwie mit der Qualität, die ja durchaus im Kader vorhanden ist, irgendwie über Wasser halten, irgendwie am Ende wieder Dritter werden. Und dann war das wieder so eine Saison, wo man sagt, ja okay, das war jetzt nicht so richtig toll, aber auch nicht so richtig schlecht. Und dann geht das in die nächste Saison. Und ich würde mir halt mal wünschen, dass immer wieder Tite gewonnen werden. Und das wäre ja auch ein Kobel, das waren ja viele Spieler, die auch extra zu uns gekommen sind, weil sie auch mal einen Tite gewinnen wollen. Auch ein Girassi möchte Tite gewinnen, der auch wieder Gold wert war, für den ich ja auch nochmal eine Lanze brechen möchte, der für mich eigentlich auch der Spieler des Spiels war, nicht nur weil er den Siegtreffer gemacht hat, nein, weil er auch einfach eine Säule vorne ist, der eigentlich immer richtige Entscheidungen trifft. Und der Stürmer ist, den wir auch dringlichst in der letzten Saison gebraucht hätten. Und ich meine auch, dass wir mit ihm in der Form die Meisterschaft geholt hätten. Hätten wir ihn damals schon gehabt und über eine ganze Saison, dann hätten wir mindestens ein, zwei Punkte mehr gehabt am Ende und wären dann auch Meister geworden. Also so ein Spieler hat uns gefehlt. Und Haller hat, wie gesagt, diese Krankheitsgeschichte, den klammere ich hier nochmal raus, aber ein Füllcrew konnte das halt nicht. Ja, oder auch ein Modest und wie wir da alles so hatten. Ja, gut, dass das wenigstens vorbei ist. Ich mache mir jetzt ein bisschen Gedanken. Ich denke, Scheins Sitz, wenn er überhaupt ansatzweise gewackelt hat, ich glaube, der wackelte jetzt auch eher auf Social Media und im Verein war das, glaube ich, auch relativ ruhig. Von daher habe ich auch gesagt, naja, wenn man jetzt gewinnt, das Ding ist, damit die Leute mich jetzt hier verstehen, die jetzt meine Videos nicht so kennen, ich hatte so diesen Gedanken im Kopf, warum freue ich mich jetzt nicht so richtig? Und das ist, weil ich so oft enttäuscht wurde. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man die ganze Zeit diesen Verein verfolgt, über die letzten zehn Jahre, da haben wir so viel liegen lassen. Und immer kommt dann wieder so ein Spiel, was dann irgendwie so dieser Turning Point ist. Und dann sagen wir, okay, jetzt haben sie es gepackt. Und jetzt gewinnen die wahrscheinlich wieder drei, vier, fünf Spiele und dann verlieren wir wieder gegen Bayern ein Haus hoch. Oder so ein Ding kommt dann wieder, man sagt, irgendwie unbefriedigend. Und ich habe irgendwie Angst, dass das so ein bisschen verschleppt wird durch den Sieg, der heute toll war, aber wo man irgendwie das Gefühl hat, man wird auch so ein bisschen vom Verein verarscht, weil sie es halt nicht regelmäßig abrufen, aus verschiedensten Gründen. Ob es in der Vereinsebene von ganz oben, die Leute haben auch immer gesagt oder runtergeschrieben und in den letzten Videos, der Kopf fängt von ganz oben an zu stinken. Und das ist richtig. Ja, also ob es ein Watzke ist mit seinem Duckmausern, diese dauernden Fehlentscheidungen, auch bei Transfers, wo wir auch teilweise sehr viel Geld verblasen haben, Spieler, die wirklich uns weitergeholfen haben, konnten wir dann wirklich nie halten, mussten wir dann immer abgeben, auch teilweise ohne Not. Personalentscheidungen, die auch ohne Not getroffen wurden, wie mit Hummels und Co. Da bin ich felsenfest davon überzeugt, da hat auch jemand kommentiert, ja, bei Rom hast er die Spiele nicht gesehen, Eigentoreinwechslung und der hat die Vorbereitung nicht komplett mitgemacht. Hätte der bei uns, ja, die Vorbereitung normal mitgemacht, dann wäre der in Topform. Und ich bin der Meinung, dass wir da mindestens drei bis vier Punkte Minimum mehr hätten und, glaube ich, auch gar nicht über Schahen großartig diskutiert hätten, weil wir mindestens drei, vier Tore weniger gefangen hätten. Ähm, bin ich der Meinung. Ähm, aber ja, sei es drum, ähm, ja, war ja auf jeden Fall heute gut, möchte ich auch nochmal ganz klar herausstellen, bevor jetzt wieder Leute sagen, ich meckere hier nur rum. Auch Can war heute gut, generell war die ganze Teamleistung toll, die haben sich wirklich aufgeopfert, ja, die haben sich jetzt auch den Tag frei und die Eistonne verdient und wie gesagt, ja, vollkommen in Ordnung, aber damit ihr mich versteht und meinen Gemütszustand und auch meine Gedanken, man ist halt irgendwie durch diesen unnötigen, ähm, Ausrutsch da mal wieder gegen Wolfsburg, also gegen dieses Team, was man eigentlich hätte schlagen können und vielleicht auch müssen, ähm, das ist einfach sehr unbefriedigend, ja, weil das wieder ein sehr frühes Ausscheiden schon Runde zwei im DFB-Pokal war, wo ich sage, ach Mensch, das, das sitzt noch irgendwie in meinen Knochen und deswegen kann ich mich jetzt momentan noch nicht so richtig freuen. Ich hoffe, ich kann es jetzt wieder in Richtung Weihnachten, dass sich das bei mir so ein bisschen wieder löst, dieser Gedankengang und dass ich auch vielleicht Schalen bei mir noch irgendwie so im Kopf hinbekomme, dass, dass ich sage, okay, oder auch ein Bayer, wenn ich ihn spielen sehe, mich da auch mehr dann drüber befreue, wenn er dann vielleicht auch regelmäßig abliefert, ihn dann auf dem Platz zu sehen, ähm, oder spielen zu sehen, aber momentan ist da einfach noch so viel Bruch drin, ich muss das erstmal für mich so wieder aufbauen. Ähm, das war aber schon öfters bei mir so, dass dann, ähm, wie gesagt, ich bin immer Fan von dem Verein, auch wenn die in der Liga 3 spielen, bevor jetzt Leute wieder meckern, ja, such dir auch einen anderen Verein, wenn du gar nicht mehr freuen kannst. Ähm, das ist so wie eine Liebe, die einen oft enttäuscht und dann ist man halt auch mal traurig oder eher skeptisch, ob das denn auch was wird und hadert auch so ein bisschen mit der Vergangenheit und da bin ich jetzt gerade in diesem Stadion, ähm, vielleicht könnt ihr das so ein bisschen verstehen, ähm, ich mache mir da so ein bisschen Gedanken, ob diese Vereinsführung und der Trainer so als Konstrukt mit diesem Stallgeruch und diesen ganzen Sachen, die wir auch zu Recht hier bemängelt haben, die richtigen sind. Und auch Emre Can, der jetzt geläutert jetzt bei Matthäus und bei Sky im Interview war, der mir auch teilweise ein bisschen leid tat, aber auf der anderen Seite, ähm, das auch angenommen hat jetzt heute und auch funktioniert hat, man hat auch gemerkt, okay, er will, ja. Aber irgendwie fehlt mir manchmal so richtig so das Gefühl, als hätten sie es wirklich alle verstanden, was man dort erreichen kann in dem Verein. Und das fehlt mir momentan noch. Und das fehlt mir auch schon seit Jahren, weil wir haben so viel liegen lassen. Ähm, ich hatte bei Toxi in der Story gesehen, äh, Grüße gehen raus, ähm, da hat er auch nochmal auf die PK von Nuri Sahin angesprochen, ähm, das war ja die letzten zehn Jahre, hat uns ja nie eine eingeholt. Also titeltechnisch muss man jetzt auch Frankfurt sagen, Frankfurt hat einmal einen Pokal und einen europäischen Titel, den ich über den DFB-Pokal ansiedle, äh, geholt mit dem UEFA Cup, ja, oder Euroleague. Ähm, Leipzig hat zwei Titel geholt, ähm, auch zweimal den Pokal, jetzt auch in kürzerer, ja, und nicht auf bis 2017 zurückdenkend. Ähm, genauso, dass 2011, 2012 ist jetzt so lange her, das sind zwölf Jahre, da können wir uns jetzt auch nicht mehr, äh, drauf aufgeilen. Genauso wie die Champions-League-Finals, die nett sind, aber wenn man das dann am Ende nicht gewinnt, ist das dann halt auch manchmal, äh, recht unbefriedigend, ja, und, ähm, und schade und bitter und vor allem, weil es die beiden Spiele auch möglich gewesen wäre. Und, ja, da fehlt uns irgendwie so ein, so ein großer Titel fehlt uns und uns fehlt auch mindestens eine, wenn nicht sogar zwei Meisterschaften, die 2018 und die vor, vor dem vorletzten Jahr, ähm, die fehlen uns einfach, weil auch Leverkusen jetzt zwei Titel in einem Jahr geholt hat und, ähm, auch auf Augenhöhe und, ja, spielerisch jetzt sonst teilweise sogar überholen. Und, ähm, das ist eine Gefahr und die sehe ich bei Nuri Schal nicht so richtig erkannt und im Verein auch nicht. Da wird sich immer auf die Vergangenheit ausgeruht. Und die Vergangenheit war sicherlich hier und da auch schön und gut, aber es war auch viel, wo man sagen könnte, Mensch, so zwei, drei, vielleicht sogar vier Titel mehr, wären in diesen zwölf Jahren schon nett gewesen. Und das ist dann eigentlich für die Nummer zwei in Deutschland zu wenig, na, und jetzt haben andere Teams, wie gesagt, in den letzten sechs, sieben Jahren enorm aufgeholt und, ähm, ja, gleichwertige Titelsammlungen erreicht, wie wir in diesen, und wir haben nur zweimal den DFB-Pokal geholt, sind jetzt mehrfach aus dem Pokal ausgeschieden, recht früh. International bis auf letztes Jahr war es auch eher mau. Ähm, ja, und das ist dann am Ende mir zu wenig und das sehe ich irgendwie nicht so richtig erkannt. Und, ähm, so verschleppt man das Ganze. Und das ärgert mich so ein bisschen an solchen Tagen wie heute, dass man sich da selbst bei so einem schönen Sieg nicht so richtig freuen kann, weil man weiß, okay, 100 Prozent scheint das nicht erkannt zu sein. Ich habe aber die kleine Hoffnung und möchte jetzt nicht zu pessimistisch sein, dass es sich irgendwie jetzt vielleicht erkannt wird und vielleicht klappt es jetzt, ja. Und wenn wir jetzt die nächsten Spiele gewinnen und auch gegen Bayern gewinnen sollten, ähm, und in der Champions League jetzt auch weiter durchziehen, dann könnte man vielleicht zu Weihnachten nochmal optimistischer auch in die Rückrunde gucken. Ähm, ja, das sollte jetzt erstmal für heute gewesen sein. Wie gesagt, heute ein toller Sieg. Ich habe meine Gedanken nochmal geteilt. Ähm, und, ja, ich denke, das wird jetzt auch ein bisschen kontrovers diskutiert, weil manche nerve ich jetzt vielleicht auch, aber, ähm, ich habe es ja auch erklären können. Also, das fühlt sich irgendwie gerade noch nicht so richtig schön an, auch wenn man eigentlich sich, ich bin halt auch ein sehr skeptischer Mensch und, ähm, ja, habe da jetzt auch die letzten 30 Jahre, wie viele von euch auch, so viel mitgemacht, dass man da irgendwie auch mehrfach so enttäuscht wurde, dass, dass man sagt, auch, auch dieses, dieses, dieser letzte Spieltag gegen Mainz, ja. Da habe ich auch gesagt, da kann man keinen Vorwurf machen außer diesem Team. Und, ähm, das ist dann halt oftmals einfach, äh, zu wenig gewesen, ne. Naja, ähm, das sollte es für heute gewesen sein. Lasst trotzdem ein Like und Abo da. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und das nächste Video wird dann auch wieder ein bisschen mehr Energie betragen. Weil, irgendwie fühle ich mich immer noch so ein bisschen leer. Dieses DFB-Pokal-Spiel hat mich echt, äh, nachhaltig gebrochen, muss ich sagen, weil das jetzt wirklich das vierte Jahr hintereinander ist. Wo wir, glaube ich, in der zweiten oder dritten Runde rausfliegen ohne Not, ähm, ja, das ist unbefriedigend. Naja, das soll es für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.